Was würden Sie denn denen, die immer noch auf Corona-Demos gehen, sagen von hier aus? Macht weiter. Ein Satz wie eine Ohrfeige, auch für den Arzt. Ich hab ne Idee. Wir machen einfach die Energie aus für ne Nacht und dann gucken wir mal, wie es ihm geht. Es ist nur ein Vorschlag, Chad. Es ist nur ein fucking Vorschlag. Ich mein nicht, dass wir ihn killen sollen. Ich mein nur, wir machen kurz die fucking Energie für ne Nacht bei ihm aus. Und es gibt sogar ein Videoleak, in dem Laschet zugibt, dass er hier unehrlich zur Bevölkerung war. Laschet sieht so aus wie ein Guy, der sich heimlich, der so einen Rape-Circle hat. Ich weiß nicht warum, aber er sieht halt aus wie so ein Guy. Erinnert mich ein bisschen an Trump, der mit seiner Tochter rummachen würde, wenn er könnte. Chad. Würde ich auch so eine Werbung machen? Fuck ja. Würde ich mich auch verkaufen dafür? Fuck ja. Herz, die coolsten Schuhe. Ich rede jetzt so, aber ich würde trotzdem Werbung für dich machen. Oder hier, Influencerin Caro Dauer, auch mit ner jungen Fanbase, wirbt für... Auch wenn ich Gucci und Louis Vuitton fucking hässlich finde. Wenn die mich anschreiben würden, ey, willst du ne Kooperation? Fuck ja. Hier ist kein fucking Loot. Ich hab keine andere Waffe. Unlucky, Bro. Unlucky, man. Wait, wie alt werde ich sein? Wie alt bin ich denn gerade? Neeein! Ah, tschüt! Oh mein Gott, das ist gerade voll falsch. Holy shit, was hat er gerade... Oh mein Gott, what? Was hat er gerade gesagt? Oh man, guck mal. Holy fuck. Ich hab Tränen in die Augen bekommen. Die zwei Leute neben mir haben geweint. Ich hab Tränen in die Augen bekommen. War schon sehr berührend. Aber, ich bin fucking manly und ich weine nicht, Chad. Ich weine nicht. Weinen ist einfach nur eine Symbolisierung von Schwäche. Und ich bin keine Schwäche, Chad. Ich bin stark. Denn ich bin... Ein Sigma-Mail. Ich bin... Ich bin... Guys. Fragezeichen. 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 Fuck no. Hey. Nein. 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 Schon bei der Frage nicht. Nein. Denkst du, ich kann den Chat nicht lesen? Was ist das für eine Frage, man? Denkst du, ich guck den Chat nicht an, dass ich das nicht lesen kann? Was ist das für eine unangenehme Frage? Ich verstehe es nicht. Hast du aber. Shut up. Shut up, Chad. Shut up. Da war ich... Tausend Abonnenten. Shut up. Welcher Grundlage werden denn da unsere Steuergelder so krass vergeben? Das weiß niemand so genau. Es gibt zwar interne Dokumente mit... Bro, wo ist mein Steuergeld hin? Worum zahle ich Steuern? Was passiert mit meinem Geld? Kommeln die auch so? Ich zähle gleich nach fucking Dubai. Zumindest weiß ich, wo meine Steuergelder in Dubai hingehen. Da gibt es keine Steuern. Zumindest weiß ich, was damit passiert. ...es Ergebnis kommen und in den Zahlen für RWE sehr geschönt wurden. Aber die Regierung meint, ach, die Formel... Nee, also... Nein. Chat, zumindest ist Dubai damit... Wizzable. Zumindest weiß man es. Bro, was ist mit den zwei Milliarden passiert? Nein, so haben wir das nicht gemacht. Ja, liebe CDU, wie habt ihr das denn berechnet? Sag ich nicht. Hallo, wir kommen heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns von einem Holzkopf an. Und zwar... Wut. Hm. Wut. Ich denke mal, jeder war schon halt sauer auf irgendjemanden. Manchmal halt krass und manchmal halt nicht so. Chat, okay, er struggelt. Er lebt in fucking 2007. Wo jeder gedacht habe, Fraps kostet, fucking Dings da kostet. Aber er lebt in 2007, Chat. Er wird aufwachsen wie wir. Wie ich. Nicht jeder als Kind kennt OBS. Früher gab es kein OBS. Das ist ein Impfstoff, der ist entwickelt worden am Computer. Wie soll denn dagegen ein Virus helfen, den noch niemand gesehen hat? Wie soll das... True, es geht gar nicht. Er gibt keinen Sinn. Ich akzeptiere, dass man jemand sich impfen lassen möchte. Aber ich erwarte auch, dass man akzeptiert wird. Chat, er ist ohne fucking am Computer. Der Mars... Und so weiter. Ehrlich gesagt, frage ich mich, was, wenn wir die einfach fast... Was passiert, wenn wir die Leute fast halb sterben lassen, Chat? Ob die dann ihren Gedankengang ändern? Was, wenn wir ihnen einfach sagen, zack, wir machen die Energie aus? Wie denken die dann? Ich weiß, es ist unmenschlich. Aber es wäre interessant. Die letzte Hoffnung vom Mensch. Die letzte Hoffnung von Team 3 ist tot. 50 Sekunden zu wenig. Nein, ich gebe euch 50 Sekunden. So lange kann ich nicht warten. Ich will Kronkh hören. Fuck. True. Ich will auch Kronkh hören, bin ich ehrlich. No. Ich muss zurück kurz. Fuck that. Nein, ich will auch Daddy Kronkh hören. Oh mein Gott, ich höre nichts. Ich habe es ausgestellt. Ich kann nichts hören. Es ist cringe. No. Dann muss ich wohl fucking nachhelfen. Oh fuck. Äh. 1,75. Große und kleinere Leute. Verbindet euch gegen die fucking 1,80 plus Leute. Lasst 1,80 nicht zum Beauty-Standard werden. Kleine Menschen, versammelt euch. Wie schneidet man Tomaten? Ich würde sie jetzt einfach vierteln. Man nimmt häufig... Holy fuck, wie macht er das? Wenn ich eine Tomate schneide, die zerbricht. Die spritzt wirklich alles weg. Wie schneidet der so soft eine tolle Mate? Auch für Busquetta, Fruchtomaten, also Fleischtomaten. Mit einem Messer, shut up. Wir schneiden die ins Auto. Meine gehen immer kaputt. Ich habe nicht überstanden. Bitte was? Über 90.000 Prozent. Ich verstehe Sie nicht. Ich verstehe, Sie tragen einen Maulkorb. Ich verstehe Sie nicht. Und das ist auch so gedacht. Ich bin Psychologin. Ich beschäftige mich seit einem Jahr jetzt mit dem Massenpsychologischen Phänomen, was hier passiert. Packs! Traut ihr? Psychologin! Nehmt einen an Feuerzeug und ihr gewinnt. Holy fuck, was mit euren Oberkörper. Seid ihr okay? Wait! Ah. Stretchable. Wer geht sich nie die Zähne putzen? Watching adult Anime Videos. Aha. Ich gucke es jetzt, gibt es more traffic than Marvel Obama in New York Times. Chat, er lügt doch nicht. Okay, er lügt doch nicht. Ich verstehe nicht, wie das peinlicher, wie Jedi sein soll, peinlicher sein soll, als fucking Hentai zu gucken. Das ist so bad. Das ist so bad. Haha. Hahaha. Das ist so aus. Bis zum nächsten Mal.